Radio Raufas Unnützes Wissen Der 78-jährige Spanier Justo Gallego Martinez baut seit 40 Jahren allein eine Kirche. Hättet ihr das gewusst? Wusstet ihr, dass im Amazonas rosafarbene Delfine leben? Kaum zu glauben, aber wahr. Die Tür zu Downing Street No. 10, dem Sitz des englischen Premierministers, kann nur von innen geöffnet werden. Das ist doch kaum vorstellbar. Kaugummi wurde in den USA so beliebt, weil William Riley ihn kostenlos zu jeder Dose Backpulver beilegen ließ. Hättet ihr das gewusst? Wenn Torhüter während eines Fußballspiels aufs Klo müssen, wird das Spiel angehalten. Bei Feldspielern läuft das Spiel weiter. Wer hätte das vermutet? Wussten Sie, dass Asiaten schneller seekrank werden als Europäer? Kaum zu glauben, aber wahr. Beim Bezahlen mit Kleingeld ist niemand verpflichtet, mehr als 50 Münzen auf einmal anzunehmen. Wer hätte das gedacht? Zu guter Letzt. 10 CDs können in einem Regal auf 3.628.800 Arten arrangiert werden. 10, dem Sitz des englischen Klo.